So, während des Annähns von dem Binding, da braucht man also nicht viel überlegen und da habe ich mir ein Hörbuch wieder angehört, ich bin aber noch nicht ganz fertig damit, und zwar von Somerset Mohan, oben in der Villa. Also, es ist die Geschichte einer Frau, die nach ihrer Ehe, also ihr Mann ist tödlich verunglückt, nachdem der also verunglückt war, hat sie sich eine Auszeit gegönnt in Florenz und dort hat sie ein paar Erlebnisse, also ihr Anwalt in England hatte ihr geraten, dass sie sich ein Schloss mietet und zwar über den Hügeln oder über den Dächern von Florenz und sie hat sich dort sehr wohl gefühlt und es haben sich dann in der Zeit, haben sich also drei Menschen angeboten, sie zu heiraten. Also, das ist eine sehr schöne leichte Lektüre und versetzt einen ins vorige Jahrhundert und ich kann euch das nur empfehlen. So, jetzt habe ich hier Maschen fallen lassen, die muss ich jetzt sehen, dass ich die aufhebe, gerade am Rand, das ist ja so ärgerlich. So, gut, aber ich glaube, ich habe es jetzt, nein, ich habe es nicht geschafft, ich muss jetzt wirklich sehen, wie ich die ganze Angelegenheit hier regele, das kann ich jetzt hier während des Podcast gar nicht, weil ich sehe gerade, dass ich jetzt den Faden auch an der falschen, also ich glaube, ich schaffe es jetzt gerade hier, ach ja, manchmal. So, aber was ich auch noch gemacht habe, ja, Quark, Quark, der Frosch, ich hatte bei einem Haul, hatte ich euch ja gezeigt, dass ich mir eine Häkel-Fertiganleitung mit Inhalt bestellt hatte bei Budinette und zwar ist es von Grundl, der Frosch-Frogi und diesen Frosch-Frogi, den habe ich also fertiggestellt, den zeige ich euch jetzt hier. Ich finde den wunderschön und der wird seinen Platz bekommen auf meinem Badewannenrand. Jetzt hätte ich beinahe wieder gesagt Badezimmerrand, aber den Versprecher, ja, man macht ja, wenn man einmal einen Versprecher gemacht hat, dann macht man den ja immer wieder. Also auf dem Badewannenrand wird er sitzen und wird dort sehen, wie ich mein Bad genieße, in das ich, also in das Badewasser gebe ich ganz oft von Kneipp dieses Melissenbad, also ein entspannendes Bad, passt jetzt zum Tee. So, in der Packung, da sind, ist einmal die Anleitung, dann sind die Baumwollgarne, nur der, hier diesen Knopf, den habe ich noch in meiner Knopf, in meiner Knopfkiste gefunden. So, das, dann nehme ich ja Teil noch an dem Seelenbonbon-Tuchkall von Vilo 01 oder Vilos Gestrick, da habe ich hier mir die Anleitung ja gekauft für dieses Seelenbonbon-Tuch und zwar bei Fadenstille und da kann ich euch berichten, man muss zwar bei jeder Reihe zählen, aber die Anleitung, die ist sehr, sehr schön, denn man sieht einmal so einen Chart, aber unten sind die einzelnen Reihen auch beschrieben, damit komme ich selbst am besten klar. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen, aber, naja, mit der Zeit wird es wohl werden, ich zeige es euch dann. Also, ihr findet die Anleitung bei Fadenstille, das Seelenbonbon-Tuch. Und wenn ihr an dem Nittellong teilnehmen wollt, also, wenn man diese, oder die fertigen Werke nachher postet, man hat Zeit bis Juni, dann nimmt man auch an einer Verlosung teil und die Marion von Vilos Gestrick, die hat uns gestern eben in ihrem Podcast erzählt, was alles zur Verfügung gestellt wurde, was man alles gewinnen kann. Also, schon das ist Anregung, aber, wie gesagt, das Tuch, das gefiel mir besonders gut. Und gerade hier bei der Wolle, die ich da erstanden habe, einmal hier ein Seidengarn und dieses Garn auch, also, wirklich wunderschön. Ja, dann habe ich mir noch was anderes vorgenommen. Das liegt, muss ich schon gestehen, ein paar Jahre schon bei mir rum. Und zwar erinnert es mich an unsere Mutter, die vor drei Jahren ist sie verstorben. Und bevor sie, ja, die letzten Jahre hat sie also sehr oft bei mir zugebracht, entweder im Sommer im Garten oder im Winter hat sie bei mir im Wohnzimmer gesessen, am Fenster. Und sie hat also immer sehr, sehr gerne gehäkelt und wollte gerne Beschäftigung haben. Und dann hatte ich sie gebeten, mir solche Oma-Quadrate herzustellen. Davon hat sie also jede Menge hergestellt und die habe ich jetzt alle noch in einem Spankorb. Ich zeige ihn mal hoch, damit ihr mal so einen Überblick habt, wie viele solcher Oma-Quadrate dort liegen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, diese Quadrate, also das sagt man ja auch Granny Squares im englischen Sprachraum. Ich habe mir vorgenommen, die jetzt alle mal aneinander zu häkeln und einen Teil habe ich davon schon geschafft. Und zwar mache ich das mit einem grauen Garn und freue mich dann wirklich irgendwann mal auf das Ergebnis. Ich hoffe, ich komme jetzt mal eher dazu. Bis zum vorigen Jahr, da gab es immer noch sehr viel anderes zu tun. Aber jetzt muss ich sagen, ich genieße auch die Zeit zu Hause, damit man endlich mal Zeit hat, alles was man mal tun wollte, auch fertigzustellen. Vor allen Dingen wird es nachher eine schöne Erinnerung an meine Mutter, denn sie hat ja sehr viel Garn auch verbraucht, die sie in ihrer Restekiste hatte. Also das Garn hier zum Beispiel von diesem, da hat sie mir mal einen Poncho von gestrickt, den kann ich euch auch mal irgendwann zeigen. Hier, das war das Garn eines Pullovers. Ja, und ein bisschen Garn hat sie von Socken übrig gehabt und manche Garn, ja manche Garnfarben haben wir einfach, damit das Ganze ein bisschen belebt wird, dazu gekauft. Also, wenn es mal fertiggestellt ist, dann werde ich euch die gesamte Decke zeigen und zwar draußen in meinem Garten, denn dafür ist er eigentlich gedacht, damit man sich im Sommer da auch ab und zu mal vielleicht ein bisschen zudecken kann, wenn ein leichter Wind weht. So, ja, und sonst wünsche ich euch bis zur nächsten Woche alles Gute, fröhliches Stricken, beschäftigt euch, seid nicht traurig, wenn ihr nicht rausgehen dürft. Also rausgehen darf man ja, aber wenn ihr euch nicht treffen könnt, schaut meinen Podcast, abonniert meinen Kanal und habt eine schöne Zeit.